Weil das mit der Umwelt doch so wichtig ist. Weil es jetzt vor allem auf die Jungen ankommt. Weil man ihnen doch sagen muss, was sie tun sollen. Weil die jungen Leute endlich aktiv werden müssen. Weil die Erde sonst kaputt geht. Weil jeder Einzelne gefordert ist. Weil es schon 5 vor 12 ist. Stopp, ich kann es echt nicht mehr hören. Warum müssen wir mal das machen, was uns die Erwachsenen sagen? Schreibt doch mal ein Buch, in dem sich die Jugendlichen selbst überlegen, was zu tun ist. Okay. Okay. Hier bitte, es ist euer Planet. Und es ist euer Buch. Viel Spaß damit. Und noch mehr Ideen gibt es auf ideengegendinirrsinn.de